Ich hab's nicht alleine bis hierher geschafft. Mich muss sogar zu viele andere besiegen. Schluss mit der... Es gibt noch einen Gang im Eis. Sit mal, los! Los, los! Aufpassen! Ohne Hände! Ist ihr okay, Dude? Der Deckring ist weit weg. Hoffentlich seid ihr fit. Neuer Killspitzenleiter. Und bald bin ich. Killspitzenleiter eliminiert. Der Ring ist weit weg und schließt sich in 45. Ich muss vermutlich rennen. Hier ist eine Optik. Für Mitteldistanzen. Neuer Killspitzenreiter. Schön im Auge behalten. Hier ist ein Schrotflintenverschluss. Stufe 3. Hier ist eine Optik. Für Mitteldistanzen. Hier ist ein erweitertes leichtes Magazin. Stufe 4. Hier ist ein Laufstabilisator. Stufe 3. Der Ring bewegt sich. Hier ist ein Standardschaft. Stufe 2. Stufe 2. Hier ist ein Laufstabilisator. Und jetzt beweg dich. Komm und hol dir dein Geburtsdachsgeschenk. Bist euch da schauen? Da kommt ein Kehrpaket. Hier ist ein erweitertes Leichtes. Hier ist ein Medikit. Hier ist ein Evo-Schild. Hier ist ein Knockdown-Schild. Stufe 2. Die Hälfte der Squads ist noch übrig. Keine Zeit für Müdigkeit. Zusätzliche Aufrüstung hier drüben. Ich hab keine leichte Munition mehr. Hier ist leichte Munition. Achtung, der Kill-Spitzenreiter wurde eliminiert. Hier ist leichte Munition. Danke. Du kannst mir danken, wenn wir gewonnen haben. Ist das klar? Erkunden wir den Weg. Da drüben war jemand. Wir sollten da entlang. Hier war jemand. Seht mal, wie die hier gewütet haben. Ja, die sind so gut. Und ich bin ganz besonders gut. Vielen Dank. Gern geschehen. Und jetzt beweg dich. Neuer Kill-Spitzenreiter bestimmt. Neuer Kill-Spitzenreiter. Weiter und Vorsicht. So, ein Glück. Ein mobiler Respawn-Sender. Der Kill-Spitzenreiter wurde eliminiert. Danke. Ja. Gern geschehen. Wirklich. Verwirrung für den Gegner. Moment. Bin noch am Basteln. Ja, nur eine Kleinigkeit als Erinnerung an mich. Ja, doch. Ich stelle gerade was her. Hat die die Hörer nicht geschehen. Wenn wir hier fertig sind, machen wir die ganze Nacht nur. Ja. Das war's für heute. und an hier ist ein schild stufe drei vielen dank hier ist ein schrotflittenverschluss stufe 4 vielen dank ich habe ein gesichter angeflogen gegner in der Nähe gegner gesichtet sie mit einem köder aus ich lade nur schnell meine schilder ich lade meine schilder Jetzt pack ich die Trickkiste aus! Ich wende einen Kild! Ja, die Erde bekommen! Ich könne meinen Kild nicht schneller aufladen! Nicht nur zusammen! Ich kann mich nicht mehr! Mach mich nicht mehr! Ich verbrasse Kildabflug rein! Ich hab dich nicht mehr gelesen! Ich hab dich! Bisse! Ich schick meinen Kild! Nicht weit von dir! Tja, ich bin ein Klassiker! Falt die Kette! Erbärmlich!